Moin, was geht ab ihr Lümmels? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Rang. Friction ist auf jeden Fall ein Name, der in dieser Session ja geläufig ist, denn den hatten wir glaub ich in dem Spiel, wo wir auch gegen diese SSL-Knechte gespielt haben. Oder war es die Lobby mit diesem Holstein Gamer und seinen zu der Zeit noch Premade, ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall stehen wir wieder kurz vor 1500 MMR und da versuchen wir direkt weiter anzuknüpfen und die 1500 zu knacken. Ah, schade. Oh, ich habe so gehofft, er tatscht den so kacke, dass ich den übernehmen kann. Ungefähr so wie ich, nur ich habe ihn sogar gar nicht getatscht. Scheiße, da komme ich nicht rechtzeitig hin. Meiner. Na, ich habe halt gar keinen Boost, ne? Weil mir jeder irgendeinen scheiß Boost wegnimmt. Kann ich mich nicht nochmal, ne? Alright. Okay. Okay. Vielen Dank. Nice, schöner Pass. Ah, shit. Okay. Nice, Digga. Exakt. Warte mal, war es sogar, ich glaube es war sogar exakt dieselbe Seite, von dem er aus dem Pass über den Gegner gechippt hat. Und dann mache ich ihn rein. Ich glaube es war wirklich exakt dieselbe Seite. Also Gameplay, Playbook, Copy, Paste. Easy. Easy done. Schade. Easy. 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 Fast nicht, schade Aber trotzdem, schöner Pass von ihm Oh ne Das war eher eine Vorlage für den Gegner Ich sammle immer nur die Pets ein Reicht nämlich definitiv auch aus Er bombt die Mech Scheiße Oh nein, 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 nein Okay Oh, Entschuldigung Oh, ich dachte er geht auf die andere Seite Nice. Ich wundere mich ein bisschen, dass hier schon die Division Up auf Division 3 ist. Knapp 1500. Ich hätte jetzt so gesagt so bei 15.10, 15.20 rum. Weil ich glaube, ab 15.60 ist erst GC2. Oh, fuck. Ja, da hätte ich warten sollen. Nein. Boah. Dass er den noch in den Winkel bekommt. Holy moly. Den hat er schön geschossen. Gut. 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 Okay, das ist jetzt frech. Nein, komm schon! Ja, Mann! Digga, auf letzter Rille, ey. Nein, nein. Nein. Oh, nein. Nein, 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 nein. Dreckiger Hurensohn, Alter. Dreckiger Hurensohn, Alter. Der ist rüber. Okay, außer Liam kriegt den noch. What the fuck? Oh, okay. Ahhhh. Nice, sehr schön. Huh, vielleicht schaffen wir ja ein Comeback. Okay. Bro, ich hab übrigens keinen Boost, ne? Schade, aber der passt mal schön. So lächerlich, Alter, so lächerlich. Boah, den hat er schön gemacht. Boah, den hat er schön gemacht. Er ist drin. Oh. Oh. Ah, Friction kann auf jeden Fall sein Mateye lutschen, Alter, dass er ihn gecarried hat. Kleinen Piss fressen. Gut, Leute. Wobei, ich guck mal, vielleicht findet er ja instant ein Match. Hm, nice. Boah. Boah. Schönes Ding. Boah. 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 Uika. Boah. 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 Tschüssler! Nice. Nice. Erstmal den Wavedash aufentspannt verkacken. Ey, aber dafür sind meine Pässe gerade richtig clean, ey. Nur meine Schüsse halt nicht. Oh, Achtung. Nice. Ach, dumm. Er sollte gar nicht an die Decke bouncen. Oh. 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 Warum war der Wavedash nicht da? Oh, der Mate hat es nicht gesehen. Ich denke nicht, du Wichsgesicht. Nee. Lutscht meinen Schwanz. Entschuldigung. Hässlichen Wichskinder. Alles klar. Gut, Leute. Das war es auf jeden Fall mit der heutigen Folge von Ranked. Wie es weitergeht, seht ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein. Peace. the 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 Untertitelung des ZDF, 2020